Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit Google Drawings, einem kostenlosen Zeichenprogramm von Google, das jeder nutzen kann, der einen Google Account hat, sehr einfach digitale Zeichnungen und Diagramme erstellen kannst. Auf geht's! Um zu Google Drawings zu gelangen, gehe ich zunächst auf google.de und finde hier in der rechten oberen Ecke dieses Symbol für die Google Apps. Und da gehe ich zu Google Drive. Dann werde ich aufgefordert, mich einzuloggen. Und nun bin ich in meinem Google Drive. In meinem Fall ist das schon gefüllt mit ganz vielen Dateien, aber selbst wenn da noch nichts drin sein sollte, kann man das Google Drawings natürlich nutzen. Man geht hier oben über den blauen Button New und dann hier unten über More zu Google Drawings. Schon hat man eine neue leere Zeichnung, die man nun gestalten kann. Wie üblich sollte man die Zeichnung gleich am Anfang benennen. Man sieht hier, Saving all changes saved. Das heißt, Google Drawings, so wie alle Google Dokumente, speichern die ganze Zeit automatisch mit. Man muss also nicht ausdrücklich speichern. Nun kann man verschiedene Zeichnungselemente verwenden. Zum Beispiel benutze ich Google Drawings ganz oft, um einfache Diagramme zu erstellen. Hier kann man zum Beispiel verschiedene Formen einbinden. Shapes, ganz verschiedene Pfeile, irgendwelche sogenannten Callouts, also solche Sprechblasen, mathematische Elemente. Nehmen wir mal eine ganz einfache Form, ein Rechteck mit abgerundeten Ecken. Das ziehe ich einfach auf. Hier gibt es jetzt noch einen zusätzlichen Anfasser, mit dem ich den Radius der Ecke einstellen kann. Und schon habe ich dieses Rechteck. Nehmen wir mal an, ich möchte ein Flussdiagramm erstellen. Dann soll da ja Text rein. Dann klicke ich einfach doppelt auf den Kasten und kann nun Text hineinschreiben. Diesen Text kann ich natürlich formatieren. Ich kann zum Beispiel sagen, der soll zentriert sein. Und fett. Und etwas größer. So einen Kasten möchte ich nochmal haben, dann markiere ich ihn, kopiere ihn, zum Beispiel mit Rechtsklick Copy oder auch einfach mit STRG-C oder auf dem Mac Command-C, STRG-V eingefügt. Nun habe ich einen zweiten Kasten und wenn man den nun bewegt, dann sieht man, dass an bestimmten Stellen Linien auftauchen. Also die Zeichnungssoftware hilft mir hier zum Beispiel, die beiden Kästen direkt in der Mitte auszurichten. Ich mache jetzt noch einen dritten. Auch hier sehe ich wieder, dass das hier mit dieser Linie auftaucht, sodass ich das leicht ausrichten kann. Und schon habe ich drei Kästen. Nun kann ich die umgestalten. Das ist natürlich dann Konzept 2 zum Beispiel und Konzept 3. Und der hier soll eine andere Farbe bekommen. Hier oben habe ich verschiedene Formatierungsmöglichkeiten für die Farbe. Soll gelb werden und dieser hier soll grün werden. Jetzt sollen die beiden etwas nach unten. Dann kann ich sie gemeinsam auswählen, indem ich klicke und halte. Und zwar hier im Freien, wo nichts ist. Und dann so einen Rahmen aufziehe. Und wenn ich dann loslasse, habe ich beide Kästen markiert. Jetzt möchte ich zum Beispiel diese Kästen mit Pfeilen verbinden. Dazu gehe ich hier auf das Linientool. Da gibt es verschiedene Pfeile. Ich nehme mal einen sogenannten Curved Connector, also eine Verbindungslinie mit einer Kurve. Und wenn ich nun die ausgewählt habe und über einen Kasten fahre, dann kommen hier solche kleinen Kontaktpunkte. Und wenn ich dann da eine Linie beginne, dann klebt diese Linie an dem Kasten an der Stelle. Ich gehe also wieder zum Auswahltool hier. Und wenn ich nun diesen Kasten bewege, dann kleben die Linien am Kontaktpunkt, sodass ich ganz schön und einfach ein Diagramm erstellen kann, bei dem diese Linien eben immer an den Kästen dranbleiben und ich sie dementsprechend nicht ständig neu ausrichten muss. Wir hatten ja hier jetzt das kurvige Tool ausgewählt. Dementsprechend, wenn ich den Kasten hier in die Mitte ziehe, bekomme ich so eine schöne gebogene Linie. Das machen wir jetzt gerade mal noch mit dem zweiten Kasten auch. Oder zum Beispiel hier hin. Einfach um zu zeigen, wie das aussieht. Die Linien kann ich natürlich auch formatieren. Ich klicke sie an und kann dann zum Beispiel die Linienfarbe verändern, die Linienstärke, gepunktete Linie. Ich kann auch Pfeile ans Ende setzen. So kann man praktisch alle Elemente formatieren. Das Prinzip ist immer gleich. Anklicken und dann die Formatierungsoptionen auswählen. Mit Linien und Formen kann man noch einige andere Dinge tun. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, eine freie Form einzufügen. Also hier dieses Polyline. Wenn ich das anwähle, dann kann ich jedes Mal, wenn ich klicke, einen Eckpunkt setzen und so eine Form zeichnen, die ganz unterschiedlich geformt sein kann. Wenn ich dann in die Nähe des ersten Punktes komme, rastet das Ganze ein. Und wenn ich dann nochmal klicke, habe ich eine vollständige Form. Ich wähle nun wieder das Auswahl-Tool. Und an diesen Formen, wenn sie ausgewählt sind, gibt es diese verschiedenen Anfasser. Damit kann ich natürlich die Größe verändern. Habe ich hier daneben geklickt. Größe verändern. Wenn ich dabei die Shift-Taste, also die Hochstelltaste drücke, dann bleibt das Seitenverhältnis konstant. Das gilt übrigens für alle Formen, sowohl in Google Drawings als auch in den meisten anderen Zeichenanwendungen, auch in Word und so weiter. Immer wenn man Shift drückt, dann bleiben die Seitenverhältnisse der Formen beim Vergrößern oder Verkleinern gleich. Wenn ich eine Linienform, wie zum Beispiel einen Pfeil, wähle, dann klicke ich und halte die Maustaste gedrückt. Und dann kann ich diesen Pfeil in alle Richtungen natürlich bewegen. Wenn ich dabei die Shift-Taste drücke, dann rastet der Pfeil bei bestimmten Winkeln ein. Also zum Beispiel hier bei 0 Grad oder bei 45 Grad. Das ist also auch eine gute Möglichkeit, um Linien in eine bestimmte Winkelausrichtung zu kriegen. Einfach die Shift-Taste drücken, dann rastet die Linie dabei ein. Schließlich kann ich so eine Form auch drehen. Hier oben gibt es diesen Drehanfasser. Wenn ich den nehme, dann kann ich einfach drehen. Wenn ich dabei wieder Shift drücke, dann rastet er auch wieder in bestimmten Winkeln ein. Und so kann ich dann also sehr unterschiedliche Formen sehr genau so orientieren, wie ich sie brauche. Weitere Elemente, die man einfügen kann, sind zum Beispiel Textboxen ohne Kasten oder auch Bilder. Entweder vom Computer hochgeladen oder direkt im Netz gesucht. Google Drawings kann aber noch eine Menge mehr, abgesehen davon, dass natürlich sehr viele verschiedene Formen vorhanden sind. Zum Beispiel irgendwelche Block-Pfeile, die man auch ausprobieren kann. Kann ich auch unter Insert noch eine Menge mehr Dinge einfügen. Ich kann zum Beispiel Tabellen einfügen, was für eine Darstellung von Daten immer sehr nützlich sein kann. So habe ich nun also eine Tabelle, die ich umformatieren kann, die ich größer, kleiner ziehen kann und so weiter. Oder auch ganz interessant, Diagramme. Ich wähle das mal aus und dann bekomme ich hier eine Seitenleiste, in der verschiedene Diagrammformen dargestellt sind. Tabellarische, hierarchische, Zeitleiste, Prozessdiagramme. Und hier ist angedeutet, dass wenn ich draufklicke, dass noch weitere Optionen auftauchen. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel hier diesen Prozess. Und hier oben kann ich sagen, dieser Prozess soll drei, vier oder fünf Schritte haben. Ich kann eine Grundfarbe auswählen. Und nehmen wir mal an, ich möchte einen fünfschrittigen Prozess darstellen. Dann bekomme ich hier sehr viele verschiedene Optionen, die ich einfach mit einem Klick in die Zeichnung einfügen kann. Ich habe jetzt hier natürlich keinen Platz. Deswegen lösche ich mal ein paar Elemente. Wieder mehrere auswählen. Ich ziehe einfach einen Rahmen über sie drüber. Dann sind alle ausgewählt und klicke einfach löschen. Und nun nehmen wir mal zum Beispiel diesen Kreis. Doppelklick. Und dann habe ich diesen Prozesskreis hier eingefügt. Und die einzelnen Elemente des Kreises kann ich nun anpassen an das, was ich eben gerade reinschreiben möchte. Es kann außerdem praktisch sein, Elemente zu gruppieren und gemeinsam anzuordnen. Zum Beispiel möchte ich vielleicht diesen Pfeil und diesen Kasten als gemeinsames Element ansehen. Dann gehe ich hin, ziehe einen Rahmen über beide, sodass beide ausgewählt sind und gehe über Arrange und Group. Damit sind nun beide Elemente eine Gruppe und werden wie ein einzelnes Element behandelt. Das ist eben praktisch, wenn ich komplexere Diagramme aufbaue. Dann kann ich verschiedene Gruppen erstellen, sodass Teile des Diagramms immer zusammenbleiben, auch wenn ich sie nachher an eine andere Stelle ziehen möchte. Wenn ich das wieder aufheben möchte, kann ich das wieder über Arrange und Group machen. Oder auch mit Rechtsklick. Da gibt es dann auch Ungroup. Ich bin mir jetzt übrigens nicht sicher, warum die Beschriftung hier auf Englisch ist. Normalerweise habe ich Deutsch als Sprache in Google Drive. Möglicherweise ist das bei Google Drawings generell so. Oder Google hat jetzt aus irgendeinem unerfindlichen Grund die Sprache für mich umgestellt. Dennoch sollten die meisten Dinge nachvollziehbar sein. Die Begriffe sind nicht sehr schwierig. Man kann das durchaus auch auf Englisch benutzen. Wenn die Zeichnungsfläche übrigens einmal zu klein wird, dann kann ich sie auch größer machen. Ich gehe dafür in das Zoom-Menü und auf Zoom Out, zum Beispiel zweimal, und kann dann über diesen Anfasser in der Ecke einfach die Fläche größer ziehen und habe dann mehr Platz. Wenn ich jetzt wieder in das Zoom-Menü gehe und auf Fit, das heißt, es wird so groß gemacht, dass es gerade auf den Bildschirm passt, dann kann ich meine Elemente neu anordnen oder einfach mehr Elemente hinzufügen. Ich würde dann also hier zum Beispiel einen Rahmen über alle ziehen und dann könnte ich alle gemeinsam an eine andere Stelle bewegen und so dann auch wieder mehr Platz benutzen. Ich kann natürlich auch, wie in jedem Google-Dokument, mit anderen zusammenarbeiten. Dazu kann ich hier über das Share-Menü gehen und dann entweder Leute per E-Mail einladen. Dann müssen diese Leute einen Google-Account haben. Oder ich kann einfach einen Shareable-Link erzeugen. Also das heißt, einen Link, mit dem man dann direkt auf dieses Dokument zugreifen kann. Und hier kann ich dann auswählen, dass jeder, der den Link hat, entweder das Dokument nur sehen kann, kommentieren kann oder es bearbeiten kann. Ich gehe jetzt mal auf Bearbeiten und dann auf Copy Link. Jetzt hat sich dieser Link in die Zwischenablage kopiert. Und jetzt könnte ich ihn zum Beispiel per E-Mail verschicken. Und dann brauchen die Leute, denen ich diesen Link schicke, keinen Google-Account, sondern können direkt über diesen Link an dieser Zeichnung mit mir arbeiten. Es gab ja noch die Option, wer den Link hat, kann kommentieren. Das ist auch sehr praktisch. Die Kommentarfunktion, die gibt es hier oben auch, ohne dass man das Dokument teilt. Da kann ich nämlich zum Beispiel einzelne Elemente anklicken und dann einen Kommentar hinzufügen, der im Dokument gespeichert wird, sodass ich mir selber oder auch anderen, die später das Dokument benutzen, solche Informationen zur Verfügung stellen kann. Zum Beispiel, wenn man gemeinsam an einem Diagramm arbeitet, kann man sich darüber unterhalten, wie Elemente gestaltet werden sollen oder man kann dem anderen eine Frage stellen und der kann sie dann wieder in dem Kommentar beantworten. Gerade für Dokumente, an denen man gemeinsam arbeiten möchte, ist diese Kommentarfunktion sehr wertvoll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du auch in Zukunft keine Videos verpassen möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.